Magix stattet seine Videoschnittprogramme oftmals mit zusätzlichen Plugins aus. Wie du diese Plugins in Magix Video Deluxe installierst, zeige ich dir in diesem Video. In diesem Video zeige ich dir, wie du in Magix Video Deluxe Plugins installierst. Ich zeige dir das am Beispiel von ProDart Vitacine V5. Der hier erläuterte Installationsvorgang ist aber auch auf alle anderen Plugins anwendbar. Das Prinzip ist immer das gleiche, egal ob es sich um Plugins von ProDart oder beispielsweise von NewBlue handelt. Zunächst einmal gilt es, die Effektsammlung freizuschalten. Das geht über das Hilfe-Menü, dann hier auf Content-Pakete freischalten. Und dann gilt es, hier die Seriennummer bzw. den Gutscheincode einzugeben. In dem Fall ist es ein Gutscheincode. Und den erhältst du mit der Mail von Magix, die den Betreff Auftragsbestellung ihrer Bestellung bei Magix hat. Also die Mail, die du unmittelbar nach dem Kauf der Software von Magix bekommst. Da steht, wenn du die Premium-Version gekauft bzw. abonniert hast, am unteren Ende der Mail der Abschnitt Gutscheincode. Und diesen Code, den kannst du hier einfügen. Das habe ich bereits gemacht, deswegen wiederhole ich das hier nicht nochmal. Wenn das so ist, dann kannst du hier in das Register Effekte wechseln. Und hier findest du dann im Bereich Zusatzeffekte diesen Eintrag zunächst einmal vor. Product weiterziehen. Durch das Einfügen dieses Gutscheincodes ist dieser Effekt hier jetzt zum Download sozusagen freigeschaltet. Und dann kannst du hier oben auf diese Schaltfläche klicken und du klickst hier drauf. Das ist egal. Dann wird die Software dieses Plugins runtergeladen und du kannst das dann über einen klassischen Installationsdialog installieren. So zwei, drei Klicks. Und wenn das Ganze geschehen ist, dann taucht dann an dieser Stelle eben Product weiterziehen auf. Ja, dann sind wir auch schon am Ende dieses Videos. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und falls es noch nicht geschehen, würde es mich natürlich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest. Ja, dann bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.